Ich bin Barbara Scheitz. Ich bin hier am Bio-Bauernhof aufgewachsen. Meine Großmutter hatte zehn Kühe und mein Bruder machte dann weiter mit dem Bio-Ziegen. Und so hat sich auch die Andechser-Molkerei in der Generation der Familie weiterentwickelt. Und wenn ich da einen Wunsch haben dürfte, dann würde ich es vielen Kindern wünschen, die Nähe zur Landwirtschaft so zu erleben und zu spüren. Die Stille, die sie so in Oberbayern und im Allgäu erleben, hat mit Qualität zu tun. Und ich denke, in dieser Stille und auch in der Ruhe werden Qualitätsprodukte produziert, weil die einfach Ruhe und Zeit braucht. Der Öko-Langbau ist für mich auch Chance für die Zukunft, unsere Erde gut zu ernähren, unsere Menschen auf der Erde gut zu ernähren und mit der Erde gut umzugehen. Persönliche Werte sind Verlässlichkeit, Wertschätzung und ein liebevoller Umgang. Das ist mir ganz wichtig, dass wir mit dem, was wir um uns haben, respektvoll und liebevoll umgehen. Dieses Thema Nähe, Vertrauen und Wertschätzung ist etwas ganz Wichtiges. Es geht nicht nur darum, was man tut, es geht darum, wie man es macht. Und mit der Raiffeisenbank haben wir mit unseren Biobauern, die heute 600 an der Zahl sind, unsere Höfe und unseren Betrieb entwickeln dürfen. Ich glaube, ein verantwortungsvoller, fairer Umgang mit den Geschäftspartnern ist für uns die Grundlage jeder Arbeit. Das ist das Wichtige, was die Biobauern auch bei sich auf dem Hof praktizieren. Und darauf bauen wir gemeinsam auf.